Warum ist das noch nicht wahr? Mit der Korrektur. Es stehen die Wochen der Wahrheit an für die Tech-Werte. Außerdem gibt es die ARC-ETFs, jetzt auch in Deutschland. Wir haben nachgefragt, was ihr erwarten könnt. Servus und herzlich willkommen zu Mission Tuesday. Wir starten wieder zusammen durch in die neue Börsenwoche und die könnte durchaus, auch wenn der Montag recht freundlich schon war, wieder etwas nervöser werden, denn die ersten großen Tech-Werte werden Zahlen liefern und bei dem großen Gewicht, das die haben, sollten die besser nicht enttäuschen. Aber da schauen wir uns wie immer genau an. Hier kommt der Fahrplan für Börsenwoche Nr. 17. Und der Markt verdaut wohl offensichtlich immer noch ein wenig den Zinsschock bzw. die Zinswende, die in den USA wohl doch nicht so schnell kommt, wie wir das alle so erhofft hatten oder der breite Markt es erwartet hat. Immer mehr verschiebt sich die Prognose nach hinten, weil die Inflation im Moment nach wie vor sehr heiß ist. Es mehren sich sogar die Stimmen, dass es vielleicht gar keine Zinswende dieses Jahr geben wird oder die Zinsen sogar weiter steigen. Jamie Dimon hat ja damit angefangen, dass CEO von JP Morgan vor zwei Wochen in seinem Aktionärsbrief warst und der sich vorstellen kann, dass die Zinsen sogar auf 8% steigen. Die UBS legt ja jetzt nochmal nach. Auch das Haus hält es nicht für unwahrscheinlich, dass die Zinsen eher auf 6,5% in den USA weiter steigen werden. Also nochmal um den ganzen Prozentpunkt nach oben. Denn die Inflation will halt nicht richtig runterkommen. Auch in dieser Woche wird es mal wieder wichtige Zahlen dazu geben. Das später noch in den Terminen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man die Rohstoffpreise der vergangenen Wochen vor allem sieht, die recht kräftig gestiegen sind, selbst Agrarrohstoffe sind aus dem langfristigen Abwärtstrend wieder ausgebrochen nach oben, dann muss man sagen, ist die Gefahr natürlich groß, dass die Inflation eher wieder etwas steigen wird. So und es wird dann offensichtlich dem einen oder anderen doch etwas zu heiß und deswegen nimmt man natürlich mal ordentlich Gewinne mit und es wird ein bisschen abverkauft, was gut gelaufen ist, vielleicht auch teilweise zu gut, wenn wir mal so ein bisschen die Wochenverlierer anschauen. Nikkei war ganz vorne natürlich mit dabei. Der Index ist ja in Japan ist natürlich super gelaufen seit Jahresanfang. Und branchenseitig, naja, gab es natürlich vor allem bei Tech-Werten einen recht kräftigen Duscherer. Mehr als sieben Prozent hat der Subindex bei Bloomberg in der vergangenen Woche verloren. Und auf der Gewinnerseite gab es tatsächlich nur zwei Branchen. Das waren die Versorger und die Basiskonsumwerte. Und auch wenn die Woche mit so ein bisschen der Gegenbewegung wieder recht freundlich bisher daherkommt, sollte man auf dem Schirm haben, dass es das noch nicht gewesen sein muss mit der Korrektur. Davon ist zumindest Marco Kolanovic, der Aktienstratege von JP Morgan, überzeugt. Denn er schrieb in dieser Woche schon an die Kunden seiner Bank, lasst euch nicht zum Narren halten oder täuschen, denn die Korrektur könnte noch ein ganzes Stückchen weitergehen, meint Kolanovic. Denn Marktnarrative und Muster würden sehr denen vom Sommer vergangenen Jahres ähneln, als es dann doch einen kräftigen Rücksetzer gab, als die Z-Inflation viele überraschte und eine herrhockische Fett für natürlich die Korrektur bei Risikoassets sorgte. Allerdings, so merkt Kolanovic und sein Team an, sei die Risikopositionierung jetzt deutlich höher als im vergangenen Sommer. Das liegt natürlich auf der Hand nach der Rallye, dass alle mal irgendwie mitmischen wollen. Daher sieht er natürlich keinen Grund, seine eher pessimistische Prognose von 4.200 Punkten im S&P 500 bis Jahresende anzupassen nach oben, obwohl der Markt ja so weit davon gelaufen ist. Wir sehen hier die gelbe Linie. Immerhin läuft die Wall Street jetzt insgesamt nicht mehr dem Markt hinterher, denn mit dem Rücksetzer jüngst ist der S&P wieder unter dem durchschnittlichen Kursziel der Marktstrategen in den USA zurückgefallen. Kolanovic und sein Team sind vor allem wegen der Gemengelage aus nach wie vor nicht gerade günstiger Bewertung der 10 Inflationen natürlich und damit einer deutlich womöglich restriktiveren Geldpolitik der Notenbank, den steigenden Renditen bei den Staatsanleihen und den vielleicht zu optimistischen Gewinnerwartungen für die Unternehmen ein wenig besorgt und gehen daher davon aus, dass es vielleicht besser sein sollte, mal jetzt etwas defensiv zu bleiben. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass so ein Rücksetzer wie zuletzt um rund 5% alles andere ein Ballenbruch ist und auch kein Paniksignal, sondern es kommt natürlich häufiger mal vor. Nach Berechnung der Bank of America seit 1930, nämlich im Schnitt 3,4 Mal im Jahr, erlebt der S&P 500 einen Rückgang um eben 5%. Übrigens über die Jahrzehnte hinweg mündeten 40% der Rückgänge um jeweils 5% in einer Korrektur, von der man ja per Definition spricht, ab einem Minus von 10%. Und wie immer gilt, das muss natürlich alles so nicht kommen, auch ich maße mir nicht an zu wissen, wo morgen oder übermorgen der DAX steht oder irgendeine einzelne Aktie und nach der Rallye in den vergangenen Monaten ist es irgendwie auch relativ normal, dass der Markt mal ein bisschen Luft ablässt, vielleicht auch die eine oder andere Übertreibung wieder rausnimmt. Das haben wir eben doch bei einigen Tech-Werten natürlich auch schon gesehen. Dennoch sollte man ein wenig im Blick haben, dass vor allem die Inflation in den USA im Moment so der große Risikoherd für die Aktien in den kommenden Monaten ist noch deutlich vor den geopolitischen Risiken. Das hätte man jetzt in der vergangenen Woche so auch nicht gedacht. Das zeigt sich nämlich ganz schön an der aktuellen Umfrage der Bank of America unter den großen Fondsmanagern, die ja jeden Monat stattfindet. Mittlerweile halten 41% der Befragten eine höhere Inflation für das größte Tail-Risk für die Aktienseite. Und die Angst ist seit Februar natürlich recht massiv gestiegen, seitdem klar ist, dass der Weg zurück zu den 2% doch sehr steinig wird in den USA. Hardlining oder natürlich die US-Wahlen sind weiterhin ein eher geringes Risiko aus Sicht der Profis. Und damit sind wir natürlich auch schon wieder bei der Markttechnik und dem Sentiment. Und da hat sich in der vergangenen Woche mit dem paar Prozent Minus ganz schön was verändert. Da ist ziemlich was ins Rutschen gekommen und das ziemlich ruckartig, ungewöhnlich ruckartig. Und zwar, wenn man vor allem mal auf den Fear and Greed Index schaut, der ist jetzt wieder im Fear, also im Angstmodus. Und das ist gar nicht so lange her. Vor zwei Wochen war er noch im absoluten Greed-Modus unterwegs und vor vier Wochen noch sogar im Extrem-Gear-Modus. Und deswegen schauen wir uns auch mal einfach den Verlauf des Fear and Greed Index an. Und dann sehen wir nämlich hier ganz gut, so ruckartig ist er lange nicht mehr gesunken. An sich kein völlig verkehrtes Signal, wie wir alle wissen. Wenn er zu lang im Extrem-Gear-Modus ist, dann ist das immer auch mal ein Warnzeichen dafür, dass es auch mal einen kurzfristigen Rücksetzer geben könnte. Also so gesehen ist von der Stimmungsseite mittlerweile deutlich Entspannung eingetreten. Allerdings muss man auch sagen, technisch gibt es doch das ein oder andere Warnsignal. Weiterhin auch nach dem kurzen Rücksetzer. Zuletzt das eine ist natürlich die immer noch sehr hohe Positionierung in wenige Big Caps, also sprich große Werte und da vor allem natürlich in Tech-Aktien. Nach Erhebung der Deutschen Bank ist die Positionierung nämlich hier nach wie vor sehr hoch, auch historisch hoch und auch, obwohl es zuletzt deutlich Abflüsse gab. Und auch ein sehr klassisches Warn- oder auch Verkaufssignal, zumindest was kurzfristige Horizonte angeht, sind natürlich Insider-Verkäufe, denn die sind im Moment richtig, richtig niedrig. Und zwar nicht nur weit unter dem 10-Jahres-Schnitt, sondern die sind auch so niedrig wie in der ganzen vergangenen Dekade nicht mehr, wie wir hier gerade sehen. Und das ist natürlich kein ganz gutes Zeichen, wenn so viele Leute nicht Lust haben, aus dem Management eigene Aktien zu kaufen, dann ist das immer so ein Zeichen dafür, dass es vielleicht in nächster Zeit die Geschäfte nicht mehr ganz so gut laufen. Und dann schauen wir natürlich noch mal ein bisschen auf die Saisonalität, denn die gibt ein wenig Hoffnung wieder mal. Wenn sie denn so eintritt, wie im Schnitt seit 1950 immer im Wahljahr, in dem wir uns ja befinden, in den ersten zwei Monaten, das muss man auch dazu sagen, ist der Markt doch ziemlich deutlich von dieser Saisonalität abgewichen und es hat sich deutlich besser entwickelt als sonst üblicherweise. In den ersten zwei Monaten im Wahljahr, aber schauen wir trotzdem drauf Ende April und dann den Mai hindurch ist die Lage eher durchwachsen und dann geht eigentlich historisch so langsam aber sicher wieder die Post ab. Belassen wir es mal dabei und kümmern uns gleich um die Termine in dieser Woche, denn die sind eigentlich das, was wirklich spannend wird, denn die Bilanzsaison in den USA nimmt so langsam aber sicher Fahrt auf und jetzt kommen die ersten großen Tech-Werte mit Zahlen für das erste Quartal. Heute nach Börsenschluss macht Tesla den Anfang, da könnte es einen weiteren neuen Dämpfer geben und dann folgt in dieser Woche noch Meta, Microsoft und Alphabet in dieser Woche. Bisher lief die Bilanzsaison ja doch deutlich durchwachsen, so kann man es mal sagen, obwohl die Erwartungshaltung recht niedrig ist. Deswegen werden relativ viele Augen sehr genau hinschauen, ob denn die Tech-Werte weiter abliefern können und wenn nicht, dann könnte das ganz schnell rappeln, denn da hat sich einiges auch verschoben, wenn man mal genau auf die Revision anschaut. Denn man muss natürlich schon sagen, die Latten hängen sehr unterschiedlich hoch. Schauen wir mal auf die Gewinnrevisionen, was den Gewinn der Aktie angeht im S&P 500. Da sieht man natürlich die Top 10, die natürlich überwiegend aus Tech-Werten besteht, werden die Prognosen permanent nach oben angepasst, mittlerweile um rund 18%, während es für den Gesamtindex, was die Erwartungshaltung angeht, eher nach unten ging, um minus 1%. Und natürlich, wenn man die Top 10 weglässt, die 490 restlichen Unternehmen, dann wären wir bei einer Gewinnrevision nach unten um 6%. Das heißt natürlich nichts anderes, als es hängt sehr viel an Big Tech oder eben auch den Mega-Cap-Aktien. Wenn die nicht liefern, dann wird das ziemlich hässlich für den Gesamtmarkt. So, und auch, das muss man auch dazu sagen, innerhalb der großen Unternehmen, wir haben ja alle schon darüber gesprochen, dass aus den Mac 7 irgendwie die Fab 4 wurden und wir alle Beatles-Songs singen, muss man sagen, auch da hängt es an immer weniger Unternehmen. Wenn wir mal anschauen, die Forecasts für das Gewinnwachstum in dem ersten Quartal, dann hängt alles an Nvidia, Amazon und Meta, vielleicht noch ein bisschen an Alphabet. Die werden die Show ziemlich rocken, wenn wir das Wachstum anschauen, denn alle anderen werden jetzt eher nicht so viel produzieren. Heißt, wenn die drei oder vielleicht vier Unternehmen nicht liefern, dann wird es hübsch hässlich. Und auch makroseitig steht diese Woche noch einiges an Terminen an. Am Mittwoch gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex hier in Deutschland. Da wird man mal sehen, ob dieses zarte Pflänzchen Hoffnung eines leichten Erholung sich fortsetzen wird oder eben nicht. Am Donnerstag gibt es noch GfK-Konsumklimaindex und aus den USA gibt es Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal. Dann gibt es natürlich auch noch Zahlen zu den Konsumausgaben, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Und am Freitag, da wird natürlich auch wieder jeder drauf schauen, gibt es die PCE-Inflationszahlen, der Index, auf den die FED ja besonders gerne schaut. Und wenn der etwas heißer daherkommt, wie schon die Verbraucherpreisindizes, dann würde das natürlich auch ein wenig für Neurosität sorgen. Bisher rechnet im Schnitt der Markt mit einer Monat-zu-Monat-Steigerung beim PCE-Index um 0,3%. Und dann kommen wir zum Insight in dieser Woche. Und der dreht sich mal um einen Neuankömmling auf dem europäischen Markt oder bei uns im ETF-Markt. Es ist natürlich kein Neuling für euch da draußen alle. Ihr kennt es, ARK ist in Deutschland angekommen oder in Europa beziehungsweise angekommen. Es gibt die ETFs, es sind ja viele Fans da draußen, endlich hier zu handeln ohne viele, viele Umwege. Und das Ganze mit drei ETFs, natürlich mit dem Flaggschiff, dem ARK Innovation ETF. Und da wollen wir doch mal kurz nachhören, was uns denn da so alles erwarten kann in nächster Zeit, was natürlich die ETFs so alles zu bieten haben. Und dafür haben wir uns mal eben einen spannenden Gast eingelagern. Wir sagen herzlich willkommen zum ersten Mal bei der Mission Money. Florian Berberich, er ist Direktor DACH bei ARK Innovations, ARK ETF hier in Europa. Flo, servus, grüß dich. Hallo, servus Peter. Freut mich hier zu sein heute und ein paar Insights zu geben. Ja, sehr schön. Freut mich auch, dass wir gleich mal hier so früh zusammenkommen. Letzte Woche, wie gesagt, war der Startschuss hier in Europa mit den ETFs. ARK Innovation ist natürlich mal vorneweg genannt. Den kennt jeder, über den spricht jeder. Den gibt es natürlich jetzt hier in Europa zu haben. Machen wir es doch einfach mal ganz knapp. Was darf einen denn mit dem ARK Innovation, bevor man immer hinten rum reden muss, eigentlich erwarten? Also kurz und knapp gesagt, wir als ARK und als Investment House fokussieren uns ja rein auf disruptive Innovation. Heißt Unternehmen, die mit deren Produkte und Dienstleistungen die Welt verändern oder verändern werden, so wie wir sie kennen. Und das idealerweise mit einem hohen Renditepotenzial und wirklich mit langen und nachhaltig auswirkenden Veränderungen der Gesellschaft. Ja, das ist ja primär in den Technologie-Segmenten. Aber das ist, worauf der Fokus bei uns liegt, wirklichen Zugang zu bekommen zu den disruptiven Innovatoren der Welt von morgen, den nächsten 15, 15, 20 Jahren. Da musst du uns natürlich jetzt ein bisschen auch einen Insight geben. Wie wählt denn Casey Woods die Unternehmen aus, die es schaffen in den ARK Innovation ETFs? Ja, am besten zu verstehen ist vielleicht auch mit den drei ETFs, die wir jetzt in Europa haben, ist, wenn man das Research-Gerüst von ARK versteht. Also wie ARK arbeitet. Ich habe schon gesagt, kompletter Fokus auf disruptive Innovation. Das Research-Team ist dann nicht in Sektoren, Regionen etc. eingeteilt, wie es ja klassisch bei Banken zum Beispiel ist, sondern die sind nach Innovationsplattformen eingeteilt. Heißt, diese fünf Plattformen, die es bei uns gibt, ist KI, Robotics, Gensequenzierung, Blockchains und Batteriespeicher. Die Teams sind in diese fünf Plattformen eingeteilt und auf diese fünf Plattformen gibt es 15 investierbare Technologien. Und so ist das komplette Team aufgebaut und auch die Fonds, heißt der Innovation, Versuch Zugang zu schaffen zu den Unternehmen, die in allen Bereichen aktiv sind, heißt die Titel, die Highest Conviction, ja, wo wir die größte Überzeugung haben. Der KI-Fonds und der Robotics natürlich dann in der KI- und Robotics-Segment und der Genomics ist im Gensequenzierungsbereich. Jetzt hat ARK neben dem Research-Ansatz sowohl Top-Down als auch Bottom-Up, heißt es gibt zum einen die Einzelaktienanalyse, wo es diverse Faktoren gibt, wie Unternehmensführung, Bewertungen etc., die in die Analyse mit einfließen. Dann gibt es ein internes Scoring-System, was da eine Rolle spielt. Und dann natürlich auch den Top-Down, heißt die Ideengeneration, was sehr, sehr wichtig für uns ist, sich die einzelnen Technologien anzuschauen. Wir nutzen da was, was sich Wright's Law nennt, quasi umso mehr du von was produzierst, umso schneller fallen die Kosten. Ganz bekannt für jeden, der das interessiert, der sollte sich mal Moore's Law anschauen. Das ist das Gleiche bei der Chips-Industrie und das hat quasi damals schon den Erfolg von Semiconductors vorausgesagt. Gibt es auch immer noch, wenn NVIDIA jetzt auf einmal auf einen Chip 210 Milliarden Transistoren packt, was dann wieder doppelt so viel ist als letztes Jahr. Heißt, wir nutzen was ähnliches, aber eben Wright's Law, um zu schauen, wie schnell und rasant sich Technologien entwickeln und ab wann sie einen Zeitpunkt erreichen, wo sie eben breit adoptiert werden können in der Gesellschaft. Dann müssen Innovationsplattformen nicht nur sich selbst dienen, sondern Innovation muss auch dazu führen, dass weitere Plattformen sozusagen florieren können und vorangetrieben werden können. Wir haben es gesehen mit KI zum Beispiel, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, KI hat auf alles ein bisschen den Eindruck, aber zum Beispiel mit JetGPT war ja auch so der Aha-Moment. Wenn sich KI weiterentwickelt, die Computing-Power, die Rechen-Power ist zum Beispiel enormer Progress im Bereich der Gensequenzierung nötig. Also weil KI jetzt auf einmal so einen Quantensprung gemacht hat, sind andere Innovationsbereiche auch in der Lage davon eben zu profitieren. Also Innovation kann kein Silo sein, es muss eben auch andere Plattformen vorantreiben. Genauso KI unterstützt Robotics. Robotics wird durch Energiespeicher unterstützt. Ich habe es angesprochen, Gensequenzierung profitiert von KI. Heißt, die müssen sich auch alle unterschiedlich in die Karten spielen und das ist so ein bisschen, wie die Technologien analysiert werden und dann zusammen, natürlich mit der klassischen Aktienanalyse, wo diverse Kriterien, wo ich jetzt nicht einzeln drauf eingehe, eine Rolle spielen. Unter anderem eben aber auch Bewertungen, was ja immer schön gesagt wird, der Cathie Wood interessiert sich nicht für Bewertungen. Nvidia wurde jetzt zum Beispiel die letzten Monate eher verkauft, weil in dem Segment eben was gesehen wurde mit Bezug auf Bewertungen. Also es gibt sowohl Top-Down als auch Bottom-Up, wie die Unternehmen dann selektiert werden. Ja, du hast es natürlich schon angesprochen, Nvidia hat man die letzte Rallye nicht mehr so ganz voll mitgemacht. Ja, das stimmt natürlich. Man hat aber auch Nvidia vor rund sechs, sieben Jahren im Portfolio gekauft bei 5 Dollar. Und da würde ich jetzt mal meinen, der Anstieg von 5 Dollar auf 600 Dollar ist mehr als von 600 auf 1000. Deswegen ist so die Frage. Und ich meine, jeder kann sich das ja auch selber anschauen, wenn man sich anschaut, wer den größten Beitrag geleistet hat, zum Beispiel zur Performance von, es ist jetzt in den USA, von dem Flagship vor, da ist Nvidia unter den Top 3 über die zehn Jahre. Heißt, natürlich, man hat natürlich die Idee, aber man muss natürlich auch immer sagen, das aktive Management rund um Cathie und das Research Team. Wenn man in anderen Bereichen vielleicht attraktivere Möglichkeiten sieht, hier nachzulegen, aufzustocken, dann ist vielleicht dann ja die logische Konsequenz, dass man aus seinen Gewinnern Gewinne mitnimmt. Einfach, sag ich mal, Standard, aktives Management, Portfolio Management. Aber absolut, man kann, man liegt natürlich auch nicht immer überall 100 Prozent richtig, aber wer liegt das schon? Klar, absolut, das ist richtig. Wir alle können die Zukunft nicht perfekt vorhersagen, was die Märkte angeht. Und das ist natürlich schon auch ein gutes Stichwort, quasi mal doch zu der abschließenden Frage zum Innovation. Wir nehmen natürlich, wenn wir sehen, nach dem Corona-Hype ist es mit der Performance jetzt nicht mehr weiter so ganz steil bergauf gegangen, sondern wir liegen auf eben drei, vier Jahre doch mit einem kräftigen Minus da. Das heißt, man muss sich schon auch vergegenwärtigen, für wen ist denn dieser ETF überhaupt etwas? Denn es ist ja jetzt nichts für Risikoscheue und averse Menschen. Ja, absolut. Ich muss da natürlich mal vorab sagen, als Disclaimer, das ist ja auch eben bekannt, also in der Anlageberatung bin ich jetzt natürlich nicht primär tätig. Aber was man natürlich sagen muss, ich meine, ich arbeite jetzt seit drei Jahren bei RISE ETF, jetzt ARK. Wir sind rein im Themen-ETF-Segment. Ich meine, da ist jetzt jedem auch klar, dass Strategien, die sehr fokussiert sind auf ein Technologie-Segment von den Innovatoren von morgen, zum Beispiel, wir wollen Unternehmen, die mehr Geld für Research und Development ausgeben, in allen Zeiten, nicht, weil Inflation und Zinsen schwierig machen, das komplett zurückschrauben und sagen, ah nee, doch nicht. Damit kommt eine gewisse Volatilität in ein Portfolio mit rein, weil das sind Unternehmen, die werden abgestraft, wenn die Zinsen, ich meine, in den USA sind die Zinsen über 25-fache in einem Jahr angestiegen. Das hat man seit 100 Jahren gefühlt nicht gesehen. Das sind Zeiten, die hat man so noch nicht gesehen. Und das ist uns auch bewusst. Aber wir haben ein Mandat als Firma, als ARK, und das ist Zugang zu den disruptiven Innovatoren zu geben. Nur weil ein Jahr oder weil in einem Jahr das einfach schwierig ist, kannst du das ja nicht aus dem Fenster rausschmeißen und sagen, ach ja, jetzt kaufen wir doch alle Magnificent Seven einfach. Und dann war es das. Wir haben ja ein Mandat, was wir mit unserem Produkt oder unserem Fonds abbilden möchten. Und dem muss man nun mal treu bleiben. Heißt, mir ist auch bewusst, sollte man auch sagen, natürlich ist der ARK Innovation kein Ersatz für dein MSCI Welt in deiner Core-Allokation. Aber gerade für uns, also für Leute, die sich für Innovation begeistern, für Leute, die sich auch für Technologie begeistern und im Portfolio sowas allokieren, ist das durchaus ein zweiter Blick wert, weil man muss sich auch immer überlegen, der Markt entwickelt sich ja mehr und mehr hin, dass die meisten Indizes, die man vielleicht im Portfolio hat, sind ja Market Cap gewichtet. Was heißt das? Das heißt, dass die Unternehmen hier, die historisch gut waren, am höchsten im ETF gewichtet sind. Das ist jetzt natürlich schwierig, dieses Thema abzubilden bei Innovation. Weil der Nasdaq sagt ja auch jeder, ja, der Nasdaq ist der Technologie, der Nasdaq macht auch genau das Gleiche. Also du gewichtest die Unternehmen, die historisch super waren, am höchsten. Das ist, damit begünstigst du ja jetzt nicht die Innovatoren von morgen, sondern da hast du ein Untergewicht dazu. Heißt, für alle, die sich mit Technologie etc. beschäftigen, Kombinationen aus vielleicht historischen, soliden Technologieallokationen, aber eben unserer Meinung nach sind die meisten wirklich unterallokiert zu disruptiver Innovation. Aber wie das genau sich, jeder Person hat seine eigenen Bedürfnisse, jeder Person hat seine eigene Risikofreudigkeit, aber das Schöne ist ja an der ETF-Welt, es ist alles nachlesbar, es ist alles zum Anschauen, jeder kann sich damit beschäftigen, jeder kann seine eigene Entscheidung damit dann eben dementsprechend treffen und das ist bei uns nicht anders. Heißt, ich würde da natürlich jeden anhalten, seine eigene Research auch quasi zu machen, aber ich bin mir sicher, dass jemand, der technologienaffin ist, das Produkt grundsätzlich spannend finden könnte. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Insofern, natürlich muss man immer auch mal ein wenig Performance liefern, das ist am Ende des Tages immer das Wichtige. Gib uns doch nochmal oder unseren Zuschauern draußen einen kurzen Überblick, jetzt haben wir natürlich über das Flaggschirm gesprochen, aber ihr habt ja noch den Genomic jetzt in Europa und auch noch den AI und Robotics. Vielleicht gibt es uns einen ganz kurzen Überblick, was in den beiden jeweils die Leute erwarten können, die die zwei Fonds jetzt noch nicht kennen. Ja, ja. Fangen wir aber am besten mit dem Genomic einfach an, würde ich sagen. Ja, genau, genau. Also Genomics ist wahrscheinlich der, der am, es ist ein super spannendes Thema, aber auch das schwierigste Thema mit Sicherheit, also die, die bei uns im ARC Research Team sitzen in den USA, haben alle ein PhD, weil ansonsten kannst du da auch nicht drüber sprechen. Ja, deswegen mal so einfach abgehandelt wie möglich. Das zielt wirklich darauf ab, auch wieder in einem Bereich der Gesundheitsbranche, der unterinvestiert ist und vielleicht, wo man auch nicht genügend drüber hört, sondern hier in Unternehmen zu investieren, die wirklich im, sag ich mal, Patente-Bereich, Clinical Trials bei Gensequenzierung, also es nennt sich Multiomic Sequencing, ja, wirklich auf oder am besten positioniert sind, hier in den kommenden Jahren zu profitieren. Da geht es wirklich darum, Treatment gegen Krebserkrankungen etc. Also alles das, was uns eigentlich am meisten Probleme löst, da sind diese Unternehmen im Bereich aktiv, um hier wirklich Lösungen zu finden. Jeder, der vielleicht ein Paradebeispiel haben möchte, kann mal gucken über CRISPR, also nennt sich die Firma CRISPR Therapeutics, das ist auch sehr stark durch die Medien gegangen im November, die eben eine erste Kur für Sickle Cell Disease, heißt das, gefunden haben, wo eben mit Gensequenzierung das behandelt werden kann, ja, und das war ein enormer Durchbruch. Also das war sehr, sehr stark durch die Nachrichten gegangen und Firmen, die hier mit drin sind, also zum Beispiel, sei es jetzt Exact Science zum Beispiel, sei es CRISPR Therapeutics oder Recursion Pharmaceuticals, das sind alles Firmen, die in ähnlichen Bereichen unterwegs sind. Also CRISPR ist auch im Diabetes-Bereich aktiv, Molekular-Diagnose-Testing ist, was Exact Science macht, also es ist ein Bereich in der Gesundheitsbranche, ja, also das ist, wo sich der drauf fokussiert. Der KI und Robotics ist ein bisschen, sag ich mal, offensichtlicher, ja, den haben wir auch speziell eben für den europäischen Markt aufgelegt, weil zum einen hat Arc eine enorme Expertise im KI-Bereich mit deren Team seit zehn Jahren, wo wir denken, wir haben da sehr, sehr solide Grundgerüst bei uns im Haus, um hier Unternehmen zu identifizieren. Warum haben wir den aufgelegt? Weil zum einen natürlich die Nachfrage an KI-Produkten enorm stark war. Wir sind der Meinung, dass jetzt gerade in den letzten Jahren, es hat sich ein bisschen drauf eingeschossen, auf jetzt die altbekannten Titel, ja, und die altbekannten Titel hat man auch in dem MRCA-Welt gehabt, da hat man jetzt kein KI vorgebraucht, sondern wir möchten wirklich auch dann Zugang zu denen geben, die laut unserer Research, unseren Innovationsplattformen hier wirklich gut positioniert sind, ja, um davon zu profitieren. Und das sind dann für uns Unternehmen wie, sei es jetzt zum Beispiel Palantir, ja, was so, sag ich mal, das Rückgrat ist für KI-Integration. Die arbeiten auch sehr, sehr viel mit Regierungsverträgen, also ganz spannendes Unternehmen. Man hat UiPath, das ist zum Beispiel eine Plattform für End-to-End Automation, die sind auch im Robotics-Segment, oder Teradyne, die sind auch mit dabei, die haben zum Beispiel über 60 Prozent Marktanteil im Bereich der Collaborative Robotics, das Collaborative Robotics-Segment, was auch ein ganz spannender Bereich ist. Dann hätte ich jetzt Nvidia, Meta, Microsoft gesagt, die man dann in den meisten wahrscheinlich drin hat. Das wäre offensichtlicher gewesen, aber wir wollen eben mit unserer Research und unserem Verständnis dann halt auch Zugang geben, sei es jetzt in der zweiten, dritten Reihe, wo Unternehmen eben profitieren von diesen Zusammenschlüssen, weil gerade KI und Robotics spielen sich ja enorm in die Karten. Das ist fast eins zu eins. Also wenn es in KI vorangeht, geht es in Robotics voran, vice versa. Also das ist was, was super zusammengeht. Und für mich wahrscheinlich ist Robotics sogar nochmal der spannendere Teil als KI, wo nicht genügend drüber gesprochen wird. Also auf den freue ich mich auch persönlich sehr, weil ich das als diese Kombination super spannend finde und halt Robotics so ein bisschen im Schatten von KI sich entwickelt hat, aber eben auch enorm spannend wird. Flo, ich danke dir erstmal für so einen ersten großen Überblick, war recht interessant und spannend. Wir werden das natürlich verfolgen und ganz sicher in nächster Zeit mal wieder miteinander sprechen. Vielen Dank dir erstmal. Klar, danke dir. Danke dir, Feser. Liebe Grüße nach Deutschland. So, das soll es für heute von uns gewesen sein. Am Donnerstag, das sei nochmal kurz ein Hinweis gegeben. Ein recht spannendes Interview kommt da um 18 Uhr auf unserem Kanal zum Thema Rohstoffe der ersten Klasse der Stunde. Wir schauen uns da mal ein bisschen an, die wichtigsten großen Industriemetalle, natürlich Gold, Öl und so weiter und so fort, wo noch Potenzial schlummert und wo nicht. Auch Agrarrohstoffe ein großes Thema. Wie gesagt, kann ich euch wärmstens empfehlen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen von der Mission Money. Viel Erfolg in dieser Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.